Offensichtlich um etwas, wo sehr viele Menschen daran hängen, mich eingeschlossen. Es geht um das Gesetz, um den Besitz oder um das Geld. Und darum, wie man mit diesem Geld umgeht. Also so kann man diese Lesungen auf jeden Fall lesen und für sich etwas abgewinnen und auch prüfen vielleicht in dieser Sommerzeit, wo alles, zumindest bei mir, in meinem Kopf ein bisschen langsamer vorgeht, als unter den normalen Umständen. Also du bist auch dazu eingeladen, nachzudenken und dich selber zu prüfen, wie du mit deinem Besitz umgehst. Aber was mich anspricht in diesen Lesungen, ist etwas anderes. Etwas, was ein bisschen tiefer geht, aber auch mit diesem Geld und dem Besitz zu tun hat. Ich glaube, dass man hier auch eine gute Lehre für sich holen kann, wenn es um das eigene Herz geht. Weil dieser Besitz oder Geld, das sind äußere Dinge, an die sich unser Herz sehr oft bindet. Es ist halt so, wir sind so gestrickt und an und für sich ist nichts Schlechtes daran. Nur manchmal wird es einfach zu viel. Und diese Bindung des Herzens kann so zwei Richtungen haben. Einerseits gibt es Dinge, die dein Herz wirklich binden in dieser Welt. Es sind Einflüsse von außen, Dinge, denen du nicht ausweichen kannst, die einfach da sind und musst lernen, damit umzugehen. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht das, was ich ansprechen möchte. Das Zweite, was mir wichtiger ist, ist, woran du dein eigenes Herz eigentlich bindest. Und das ist eine freie Entscheidung, auch wenn sie manchmal nicht so reflektiert ist, die du selber triffst. Immer wieder aufs Neue. Schau dir dein Leben an, wie es jetzt aussieht. Die Dinge, wo du mit dir selber, mit deinem Ehepartner, mit den Kindern, Familie, mit dem Arbeitsleben unzufrieden bist. Da wirst du Dinge finden, denen du nicht ausweichen kannst, weil der andere ist, wie er ist. Aber es gibt auch einen Bereich, wo du entscheiden kannst, wie dein Herz sein soll, woran du dich bindest oder an wen du dich bindest. Und vielleicht, vielleicht ist es so, dass, zumindest in meinem Leben ist es so, aber vielleicht auch in deinem, dass du dir Dinge aussuchst, die dir ein bisschen Sicherheit bieten in deinem Leben, wo du dein Herz daran hängst, aber die unbedeutend sind. Es sind sehr oft Umgangsformen, es sind sehr oft Dinge, die man schon gelernt hat und die einfach so laufen. Besonders im Familienleben ist es oft so. Man gewöhnt sich an sehr vieles. Und weil es einfacher ist, in dieser gewohnten Art und Weise zu leben, merkt man nicht, dass der andere sich verändert hat. Dass der andere vielleicht im Moment etwas anderes braucht, als das, was wir gewohnt sind. Woran bindest du dein Herz? Sind es diese, es müssen nicht immer äußere Dinge sein, aber so oft, sind es diese Äußerlichkeiten. Dass du nach Hause kommst, vielleicht musstest du arbeiten oder der Tag war ein bisschen mühsam, willst dich einfach hinsetzen und nichts tun und der andere merkt das nicht, dass du müde bist, weil er gewohnt ist, dass du mit ihm redest, einfach für ihn da bist. Vielleicht ist es umgekehrt, dass du zu Hause den einen erwartest, der immer kommt und immer mit dir geredet hat und jetzt ist es nicht mehr so, aus welchen Gründen auch immer. Was kann man tun, um das eigene Herz an die richtigen Dinge zu binden und nicht an den falschen hängen zu lassen? Na ja, da musst du dich selber fragen, wo dein Herz eigentlich ist. An was für Dingen, Verhaltensweisen, Menschen du hängst? Und vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, wie Kohelet, der ist kein besonders fröhlicher Prophet, aber ein bisschen recht hat er schon, Windrauch, Windrauch, alles ist Windrauch, woran sich mein Herz jetzt im Moment bindet. Jetzt muss man ranklotzen und um das eigene Leben kämpfen, vielleicht um den Partner, um irgendetwas in der Arbeit, in deiner Familie, damit es besser wird und sich nicht damit zufrieden geben, dass mein Herz jetzt so traurig ist, weil es vielleicht so nicht so läuft, wie ich es gewohnt bin oder ich weiß gar nicht, warum ich traurig bin und keine Lust mehr habe. Gebe dich damit nicht zufrieden, dass es dir vielleicht nicht so gut geht. Ich sage nicht, dass du all deine Probleme lösen kannst. Das ist nicht die Botschaft. Aber gib nicht auf, weil Gott fordert uns immer wieder dazu heraus, hinaus zu gehen, aus dem Gewohnten. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, damit anzufangen, was ganz offensichtlich ist in den heutigen Lesungen, mit deinem Geld. Das ist eine gute Übung. Es ist nicht so kompliziert, muss man nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie es mir geht und so weiter, sondern schaust, wofür du dein Geld ausgibst. Und was du mit diesem Geld anderes anstellen könntest. Ich sage nicht, dass du gleich dein ganzes Geld oder einen großen Teil von deinem Geld für einen voltetigen Zweck verwenden sollst. Kannst du machen, musst du aber nicht. Aber frag dich selber, wie du mit diesem Besitz umgehst. Und frag dich dann, macht dich diese Umgangsweise glücklich? Also mit Geld kann man sich Glück nicht erkaufen, aber so wie du mit diesem Geld umgehst, bist du mit dir zufrieden oder nicht? Und wenn du nicht zufrieden bist, überleg, wie könnte ich zufrieden sein? Also ich sage jetzt nicht, wie könnte ich mir das Glück erkaufen mit dem Geld, sondern wie könnte ich mit mir zufrieden sein, wenn ich auf meine Finanzen schaue? Man kann sagen, ich bin in Ordnung. Das ist so, wie ich leben will. Also wie ich mit diesem Geld umgehen möchte. Ich bin mit mir im Reinen. Und wenn du das mal schon geübt hast oder schon weiter bist, dann geh in die Tiefe und schau dir besonders das an, was nicht funktioniert. Ich weiß, das ist anstrengend, das ist mühsam, tut manchmal echt weh und manchmal ist man ziemlich ratlos. Aber dieses Hinschauen auf diese Bereiche ist nicht dafür da gedacht, dass du dich quälst und so wie der Kohelet dann immer jammerst, dass es einem schlecht geht und das alles für die Katz ist, sondern damit du etwas unternimmst. Versuch, dich zu fragen, was für ein Mensch möchte ich sein? Das ist eine Frage, die mir persönlich sehr hilft. Aber wirklich, wenn ich merke, dass etwas nicht funktioniert, entweder Einflüsse von außen oder ich irgendwie Mist gebaut habe, dann frage ich mich, ich bin traurig oder resigniert, ich frage mich aber, wer möchte ich jetzt sein? Was für ein Mensch möchte ich sein? Und ich versuche dann, mir vorzustellen, was für ein Mensch ich eigentlich sein möchte. Und dann kann man eine Entscheidung treffen und sicher wird nicht alles funktionieren und du wirst nie so werden, wie du dir das vorstellst, wahrscheinlich. Aber darum geht es nicht, sondern darum, dass aus diesem Hinschauen auf die Bereiche, die vielleicht nicht so toll laufen in meinem Leben, man die Entscheidung trifft, etwas zu ändern. Und dazu lädt uns Gott ein. Und das ist das, was Jesus gemacht hat, als er Mensch geworden ist, also als Gott Mensch wurde. Er hat hingeschaut, was in dieser Welt nicht funktioniert und hat etwas unternommen. Und ich möchte behaupten, sein Tod und seine Auferstehung hat auch etwas verändert. Gott, ich glaube, ich glaube, Ich bin froh, ich begann. Untertitelung des ZDF, 2020